Es gibt, glaube ich, nur ein Schweigen, das ist noch schöner. Und zwar, wenn Jens Riever mal wieder nicht ganz da ist. Und Hamburg ist damit hervorragend aufgestellt, wenn es immer heißer wird, über diese Wasserflächen und Verdunstung dafür zu sorgen, dass wir nach wie vor gerne in der Innenstadt sind. Einen kleinen Moment. Und Sie kennen diese Aussetzer, die man manchmal hat, wenn man eine Frage nicht gleich findet. Am schönsten fand ich Ihren Gesichtsausdruck. Wo Jens Riever fragt, Sie kennen doch die Momente, wo man einfach so einen Aussetzer hat. Und Sie, nö, 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 nö. Für einen Moment dachte ich, den haben Sie ausgestellt. Irgendeiner hat hinten den Stecker gezogen. Schnell, steck wieder rein. Ich hoffe, der Aussetzer wird ihm von der Arbeitszeit abgezogen. Das war ziemlich lang. Meine Gebühren. Ist ja fast schon eine Zigarettenpause gewesen, was er da eingelegt hat. Ja.